Viele von euch haben sich schon mal gefragt, wie macht man das einfach, wenn man PvP-Chain haben will. Wie macht man das? Wie geht das? Man kriegt viel zu viel EP und heute ist die Lösung, Leute. Ihr geht einfach zu dem Herrn hier. Sturmwind, ganz oben in die Burg, in den letzten Raum, unten rechts rein. Und dann könnt ihr hier eure OP wegmachen. Kostet 10 Gold, Tech. Und jetzt denkt ihr euch so, shit, was ist das los, dies, das, alles scheiße, kein EP mehr, wie kriegt ihr das wieder da hin? Geht einfach nochmal hin, 10 Gold und dann gibt es wieder Fett-EP. Jetzt muss man natürlich wieder neu reingehen und so könnt ihr dann die Twinks machen. Passt auf, ich zeige euch das mal. Ich habe mir noch einen anderen Scherr. Ich muss hier mal kurz umloggen, wir werden wechseln. Ich bin getranset auf Halexshire, ich bin ja eigentlich auf Transidenz ohne Venoxis. Ich bin auf Venoxis, da habe ich nämlich einen 19er. Und dann könnt ihr so einen hier machen. Und das ist richtig geil, weil ihr könnt einfach jede Quest machen. Ich habe ganze Quests reingemacht und ich wäre glaube ich in den ganzen Quests reingemacht schon bestimmt Level 26 oder so. Oh, Inventar gefickt, kurz Aller-Adams ausmachen, alles deaktivieren und gebeam. Und ja, dann könnt ihr ordentlich Equipment farmen. Seht ihr auch, EP-Leist ist weg, dann könnt ihr Equipment farmen, euch so richtig schönen Charakter einrichten, ne. Schönen Charme machen, sieht dann ordentlich aus, dann könnt ihr ordentlich ehrenhafte Siege farmen. Geht hier einfach rein, Tag fertig, Kriegssimmel schuft, ihr könnt alles wegballern. Dort ordentlich lange drei Minuten und ich bin gerade noch auf dem Lern-Server-Allianz. Ich glaube, es gibt trotzdem Polis, egal. Aber so könnt ihr die Twinks machen und ich denke, manche von euch würden das gerne wissen. Und wenn ihr wollt, könnte ich auch noch einen Guide machen für den Retail 19er-PVP. Haut rein, Leute. Musik Musik Musik